Musik 20 Jahre bin ich schön. Dass ich mir 40 Jahre so zurückgekommen. Weil bis zu 50 Jahren haben sie die Leute genommen und da bin ich gerade noch reingerutscht. Da kriegen wir immer eine Gernigkeit als Geschenk. Ich gehe alle Wenden essen. Was ist denn deine Lieblingsspeise zu Weihnachten, wenn du das aussuchen könntest? Ich weiß nicht. Hühnerschnitzel habe ich gerne. Tafelsalat mit einem guten Gemisch. Erstens habe ich mich bei meinem Besten, dass sie auf mich so gut aufpassen und dass es mir so gut geht. Und ich wünsche ihnen auch alles gut, dass sie gesund bleiben. Du hast einen Wunsch frei. Was würdest du dir wünschen? Dass sie Klärgase sind. Ich wünsche mir, dass es frei wird.